Gut, guten Morgen, Shalom Aleichem allerseits, es freut mich euch alle zu sehen. Ich hoffe, es soll Gott mir geben, gute Werte, euch was zu teilen. Ich bin da heute, euch nicht zu lernen, ihr lernt genug. Ihr braucht nicht jetzt noch eine Lektion vom Lernen. Aber als einer der Arbeit schon 20 Jahre mit älteren Leuten in jüdischer Gemeinde, ihr geht davon aus, dass man ein bisschen Erfahrung bekommt und ich bin nicht nur im jüdischen Altenheim, ich bin auch später zuständig für den jüdischen Friedhof. Also in den letzten zwei Stationen in jüdischer Gemeinde, wo alle landen, egal was hast du in deinem Leben gemacht, religiös, unreligiös, gläubig, ungläubig, reich, arm, schön, hässlich, geschieden, verheiratet, bei mir spielt das keine Rolle, weil bei mir landen alle zum Schluss. Und das ist schon ein anderes Leben, Denkweise und ich werde euch tolle, kluge Sachen heute erzählen, wie uns die Zeit erzählt und danach gebe ich auch gerne natürlich Zeit, Fragen zu stellen und zu fragen. Gut. Abraham war alt und betagt und der Ewige segnete Abraham mit allem. Kann jemand wiederholen diesen Satz? Alt und betagt und Gott segnete Abraham mit allem. Darüber gehen wir heute reden. Amt bedeutet Quantität. Eine Ratte lebt drei Jahre, ein Hund 15, Affär 30, ein Elefant 60, ein Mensch 70. Okay? Einverstanden? Ja. Obwohl es ist komisch, die Tiere, man wird größer, lebt man länger. Wo ist der Mensch zwischen Affär und Elefant? Also, komisch. Aber gut. Abraham war alt, Quantität, aber auch betagt, Qualität. Hat ein schönes Leben gehabt, erfüllt es. Jeden Tag hat er nicht nur überlebt, sondern er lebt. Jeden Tag war ein Vergnügen und er war zum Schluss satt. Also, wenn er blickt in seine letzten Stunden, habe ich ein schönes Leben hinter mir. Und wenn ein Mensch hat ein schönes Leben hinter sich und er fühlt es, hat er eine bessere Eltern, hat er einen besseren Tod. Also, er blickt ohne Bitterkeit, ohne Enttäuschung, ohne Feuerhölle von seiner Vergangenheit, was er hat nicht gemacht oder gemacht falsch. Er fühlt sich gut, er fühlt sich wohl. Ein Mensch glaubt, dass er ewig leben wird. Jeder. Und irgendwann wird man alt. Und natürlich, wenn man jung ist, zählt man noch die halbe Jahre. Meine Kinder sagen immer, ich bin sieben und halb, ich bin elfen und halb. Er ist schon zwölf und einen Monat, sagt er, bald habe ich Barmizwe. Also, die wollen sich immer groß zeigen und mit 16 wollen sie schon Motorrad und mit 18 wollen sie schon rauchen. Irgendwann willst du zurück jung bleiben. Im Judentum sieht man den Menschen in drei Phasen. Steigen, stehen und runtergehen. Also, bis 20 steigt man, man wächst, man lernt, Körper, viele von 20, okay, 30. Sagen wir, bis 30 hat man schon Diplome gehabt, ist man schon Doktor, Rabbiner, Sozialpfleger, Schuster, Musiker, egal. Ab 30 beginnt man zu stehen. Man steht und man steht und man steht und man steht und dann beginnt man runter zu gehen. Und da kommen die Tage, die wird man abgebaut und der Mensch will das nicht wahrnehmen. Ja. Und warum macht das Gott, dass man abgeht? Weil hier ist der Körper am Wachsen und hier sollte die Seele am Wachsen sein. Aber die Menschen, die arbeiten an ihrer Seele, steigen weiter. Aber Menschen, die weiter nur stehen, gehen runter, okay. Und deshalb schickt Gott der Mensch weiße Haare, die sind kleine Todesengel und fallen die Zähne runter. Und der Mensch sagt, time is over bald. Du musst dich vorbereiten, um das Leben zu benutzen. Gut. Jeden Mensch glaubt, er wird nicht alt werden. Bei Männern ist es noch schlimmer alt zu werden, als bei einer Frau, obwohl man denkt, dass Frauen kämpfen, auf ihre Alter nicht alt zu werden. Aber Frauen ertragen es leichter im Judentum, weil die sind nicht im Bruch von ihrer Arbeit gleich zur Einsamkeit. Und nicht umsonst steht geschrieben, Oma zu Hause, Schatz zu Hause und Opa zu Hause, Pech zu Hause. Also die Oma kann noch was schenken, geben, helfen, kochen, backen, tun. Und der Opa will schon Ruhe und die Enkelkinder sollen nicht kommen. Und es gibt sogar Opas, die nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen über ihre Enkelkinder. Und sie wissen, die beste Ausrede ist, ich bin schon ein bisschen dement. Es gibt sogar manche, die sich schon ihre Demenz ausnutzen, dass sie nicht mehr Verantwortung übernehmen können. Und niemand wird sie bitten, Babysitter zu machen auf den Enkelkinder. Und er will nicht diesen Pflichten mehr. Die Tora sagt uns, im dritten Buch Mosche, du sollst die älteren Leute ehren und du sollst von Gott fürchten. Warum? Weil ältere Leute kommen nicht im Judentum in eine Kategorie von Sozialbedürftigen. Was soll ich machen? Das ist ein Problem. In der Tora steht Fremde, Weise, Witwe. Es gibt verschiedene Kategorien von Menschen, die brauchen Hilfe. Ältere Leute, steht nicht geschrieben, dass ältere Leute kommen in eine soziale Schicht von niedrigen Leuten. Nein, ganz im Gegenteil. Die ältere Leute sind erfahrenen Leute, kluge Leute und Ratbringers, Zeigweiser. Das ist eine gute Sache. Oma und Opa ist eine Begabung. Es gibt Kinder, die kriegen mehr Erziehung von Oma und Opa als Mama und Papa, weil Mama und Papa haben Erwartungen. Oma und Opa sind liebvoll. Und apropos dem Beweis, dass ein Mensch ist eine Göttlichkeit von Gott, ist, dass nur bei Menschen gibt es Kontakt zu Enkelkindern. Bei Tieren haben wir keinen biologischen Kontakt zu Enkelkindern. Ich habe noch nicht gefunden, irgendeinen Bezug von Großeltern bei den Tieren. Nichts. Nicht bei Hunden und nicht bei Katzen. Niemand weiß, das ist meine Oma, das ist mein Opa, das ist mein Enkelkind. Bei Menschen gibt es enge Kontakt zu den älteren Leuten, noch manchmal mehr wie bei denen. Okay. Alt zu sein ist eine Prüfung. Es gibt einen jüdischen Dichter, Itzele Pfeffer. Ich habe gestern, als habe ich vorbereitet, euch dem Schiur. Er schreibt, ich bin ein alter Adler ohne Vügel. Und ein Fägerle, die Witwe geworden, singt nicht mehr. Und weißt du, er sitzt mit seinem Kind. Sagt Ingele, weißt du manchmal, wenn ich esse, fällt mir der Löffel. Sagt dem kleinen Kind, ja, bei mir fällt auch der Löffel. Und so erzählt er, weißt du manchmal, auch meine Häuser werden nass. Und sagt sein Enkel, ja, auch bei mir manchmal werden die Häuser nacht, manchmal bei Nacht. Es gibt so Kinder, die bis 13, 14 noch in die Häuser machen bei Nacht. Erzählen niemand und zum Schluss erfahren, dass noch viele machen. Genauso bei älteren Leuten, viele machen und sie glauben, nur sie machen. Viele machen. Einmal war ein religiöser Mann bei uns im Altenheim. Er kam in die Synagoge mit einer offenen, Entschuldigung, eure Respekt, mit einer offenen Sippe. Und dann habe ich ihm gesagt, ganz leise, macht zu. Sagt er mir, schleu mir, wenn man vergisst zu schließen, ist man jung. Wenn man vergisst zu öffnen, ist man alt. Also so lange vergisst man zu schließen, ist nicht so schlimm. Gut, junge Menschen vergissen zu schließen. Wenn man vergisst zu öffnen, da beginnt man alt zu sein. Ja, und weißt du, manchmal weine ich. Sagt der Opa, ja, manchmal weine ich auch. Und weißt du, manchmal die Erwachsenen können nicht meine Gefühle lesen. Sagt er, ja, die Erwachsenen können auch meine Gefühle nicht lesen. Und dann bleiben die älteren Leute mit Resten von ihren Erinnerungen. Und ihre Erinnerungen leiden auf die Einsamkeit. Und sie bleiben alleine. Und niemand will mit sie reden. Und die werden alleine im Zimmer und verlieren den Funk am Leben. Das ist, so wie man sagt, die schlechte Nachricht bei der Geschichte. Und deshalb Menschen sollen nicht beschleunigen, diese Einsamkeit. Je mehr du kannst mit Menschen treffen, treff. Später, auch wenn du willst, ist es zu spät. Und ich kann nicht verstehen junge Menschen, die bevorzugen die Ruhe alleine zu Hause. Ich kenne niemanden im Gefängnis, der verzichtet auf die Pause. Im Gefängnis, wenn man eine halbe Stunde Pause hat, alle gehen spazieren. Und wenn ein Mensch alt wird, irgendwie schließt er sich. Schließt er, schließt er und kommt zu seiner Einsamkeit. Und darüber und mehr möchte ich heute mit euch teilen. Was ist alt zu werden im Judentum? Und was sind seine religiösen Probleme? Und so weiter und so fort. In den alten Zeiten war kein jüdischer Altenheim. Das ist eine Sache vom 17. Jahrhundert. Es hat begonnen in Krakow, der erste Alte sei. Später in Holland, die portugiesische jüdische Gemeinde. Warum? Weil wenn ein Mensch ist geworden alt, es war für die Familie eine Ehre, den älteren Menschen zu pflegen. Im Judentum, die Kinder sind schuldig, gegenüber ihren Eltern drei Jahre zu schenken zurück. Weil bis drei Jahre, egal wie waren deine Eltern schlimm, bis drei Jahre haben sie dir alles gegeben. Stimmt? Essen, Trinken, Pampers, Ärzte, alles. Du kannst später beschwerden, dass später deine Eltern waren egoistisch. Dass Mama war nicht lieb zu Papa. Und Papa ist fremdgegangen gegen Mama. Und Mama, du kannst beschwerden über deine Eltern, wie viel du willst. Aber drei Jahre bist du schuldig, deine Eltern. Sagt die Tora, nur diese drei Jahre musst du zurückgeben. Drei Jahre, netto. Drei Jahre netto bedeutet, wenn wir haben Eltern, wir sind schuldig gegenüber unseren Eltern. Drei Jahre, komplette Stunden, was sie haben uns gegeben, zurückzuschenken, ganz einfach. Und drei Jahre bedeutet mindestens zweimal, einmal die Woche, die Älteren zu besichtigen, mit denen zu sein. Und es gibt Kinder, die mal einmal im Jahr oder weniger melden bei ihren Eltern. Warum? Weil Kinder von Natur haben keinen Respekt zu ihren Eltern, die sind verbittert. Es gibt einen natürlichen Krampf bei den meisten. Es gibt Ausnahmen, Wunder passiert immer, auch heute. Aber ich rede jetzt bei den meisten, bei den Medium-Menschen. Nicht bei dem Large und nicht bei dem Small. Bei den Medium-Menschen, sie haben mit den Älteren einen Konflikt. Wenn die Älteren waren gut, dann müssen sie ganzes Leben schuldig sein. Sie wollen diese Schuld stoppen. Ein Mensch kann nicht schuldig leben, also er will nicht sein, sein Schuldiger jeden Tag. Und wenn die Älteren waren schlecht, hat er auch eine gute Ausrede. Warum hat die Älteren? Gott sei Dank, es gibt heute Altenheim. Das ist eine gute Sache. Die Kinder schaffen nicht heute Geduld für ihre Eltern. Weder technisch, noch mental. In alten Zeiten, wo in jedem Stub war Platz für jeder, weil im Herzen war Platz. Heute in einem Gespräche sind fünf Personen und jeder hat eine Wohnung. Jeden Kinder, statt soll alle Leben zusammen. Warum? Weil die Menschen verstehen sich nicht zusammen. Und jeden Kind ab 20 macht schon eine eigene Wohnung. Und wenn jeder bezahlt 700 Euro, dann die ganze Familie gibt nur auf Miete pro Monat 3.000, 4.000 und von 3.000, 4.000 sie konnten zusammenkäufen, eine größere Wohnung und bezahlen eine Hypothek. Aber die Menschen denken nicht richtig und sie lieben jeden und will seine Ruhe. Aber in den alten guten Zeiten, wo Menschen geworden alt, die sind gekommen nach Hause und Mama und Papa und Schwiegersohn und Schwiegertochter haben gesehen, immer die älteren Juden als eine große Ehre. Jeden Freitagabend ist man gegangen zu Oma und Opa, hat man geküscht die Hand und der Oma und Opa haben kein Problem alle zu küchen, alle Männer, alle Frauen, alle Schwiegersohnen, alle Tochter. Es ist eine unglaublich große Sache. Und bei jeder Veranstaltung hat man immer begonnen bei Oma und Opa, wer bringt sie und wer. Es war eine sehr schöne Teilung. Unsere Leben sind von Gott festgestellt, aber die sind nicht absolut festgestellt. Die sind festgestellt, aber unsere Weisen sagen nicht absolut. Absolut liegt an dir. Also du kriegst von Gott Programm, Standby. Zum Schluss, was du machst mit deinem Leben, liegt an dir. Ob du in deinem Leben gut benehmst, achtest, lebst richtig in deinem Leben. Deshalb, wir werden heute sehen, was ist Besonderes im Judentum, mit älteren Leuten umzugehen. Eins zu wissen, dass Männer und Frauen sind unterschiedlich. Eine Frau, die ihr ganzes Leben auf ihre Bescheidenheit geachtet. Natürlich, es wäre ihr lieber, weiter von einer Frau beachtet werden und nicht von einem Mann. Eine normale Frau, die schämt sich, wenn ein fremder Mann kommt und er muss sie waschen. Passt sie nicht vom Mental her. Natürlich, wenn es keine Personal und es ein netter Mann spricht nichts dagegen, aber vom Natur her, es gibt schon diesen, Entschuldigung, Entschuldigung, diesen Instinkt von Schämen. und natürlich, das ist die erste Sache, was vom Erziehung her macht die Sache ein bisschen schwieriger. Deshalb im Judentum, Frauen dürfen Männer und Frauen pflegen und es ist viel leichter und auch im Friedhof, wenn wir waschen, die Leichen, Männer dürfen nur Männer waschen nach dem Tod. Frauen dürfen beide, weil eine Mann hat gewaschen, auch eine Jungele und eine Mädelle. Dann hat sie auch kein Problem nach dem Tod, sie sieht nicht bei dem Körper einen visuellen Gedanke. Sie sieht das als soziale, gemeine. Also deshalb, das Judentum hat immer bevorzugt, auch in Pflege und auch in dem Waschen nach dem Tod, immer von Frauen. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn jemand hat gelesen, die Schriftrolle Ruth, steht geschrieben, dass Nomi und Ruth, alle Männer sind gestorben, Machl und Kilion und Elimelech und wer hat sie beerdigt, wer hat sie gepflegt, die Frauen. Also die Frauen haben von Gott eine Gabe, die sind auch mehr geduldig, die Alternative Hilfe zu verstehen dem Kranken in seiner Güte mehr als konventionelle männliche Tachles Art zu entscheiden. Ich sehe auch, wie ich spreche mit meinen Kindern am Telefon und wie meine Frau. Wenn ich will, wirklich wissen, wie geht es mit meinen Kindern, ich höre von meiner Frau, wie es geht ihnen. Weil ich spreche mit denen 10 Minuten, auch wenn ich bin ein großzügiger Papa und ich kann vielleicht interessante Sachen zu erzählen, aber Männer haben ein bisschen Anschränkung in ihren Reden. sie können besser reden als sprechen. Sprechen ist also eine weiche Art, wo Gott hat begnadet die Damen, die Frauen und nicht umsonst nennt man das Muttersprache. Hätten die Kinder gelernt zu reden von der Papa, sie waren alle Invaliden, also sie konnten nicht mehr reden. Ich sehe, wenn ich sitze mit meinen Kindern beim Abendessen, ess, trink, willst du noch, willst du wenig, ess bis Ende. Und meine Frau pappelt mit denen, was war in der Schule, diese Soße, mit dieser Soße. Manchmal, wenn meine Frau fährt zum Seminar oder nach Israel und ich bleibe mit den Kindern ein paar Tage, nur die 20 Minuten von der Schule, wie viel Information sie erzählen mir. Ich denke, Mensch, die ganze Jahre hört das meine Frau, soll sie gesund sein. Schon deswegen ist es schon gut zu haben, ein guter Freund. Zu hören, alle Geschichten. Deshalb bei Sozial, Sache, Frauen haben mehr Geduld zu hören und nicht nur, sie können das mehr Empathie zu zeigen. Jetzt. Die zweite Sache, ein älterer Mensch hat sehr viele religiösen Anschränkungen. Fasttagen, Pessach, wo man isst, Matzes und er hat keine Zähne, in die Synagoge muss er zum Toilete, am Schabes muss er mit seinem Stork oder mit Rollstuhl auf der Straße gehen. Gibt es sehr, sehr viele Anschränkungen, wenn ein Mensch wird alt. Sogar sein Gebiss muss er pflegen. Es ist ein schweres Leben für ihn. Und deshalb müssen wir ihm helfen, um ein bisschen sein Leben leicht zu machen. Deshalb. Wenn ein älterer Mann hat Angst zu gehen in die Synagoge, weil er hat Angst zu fallen oder draußen rutscht oder er hat keine Lust, sagt die Tora, bete zu Hause. Brauchst du nicht zu kommen. Niemand zwingt du musst nicht gehen und fallen und brechen deine Knie oder wie heißt das, was sie brechen immer die Hüfte und wenn jeder weiß, wenn die Hüfte ist kaputt, es ist schon nur umerzählen, wie er geht von dieser Welt. Also es ist ein abgebaut und Schabbat schalom, man geht weg von hier. Deshalb, man gibt ihm sehr viele Reduzierungen. Wenn er kommt in die Synagoge, er kann kommen, die andere Hälfte, am Fastentag er darf auch essen. Man gibt ihm Ermäßigung, man geht ihm gegenüber sehr leicht auch in die religiöse Sachen. Wir haben im jüdischen Heim 70 religiöse Tage. 53 Schabbat plus 17 biblische Feiertage. Ich rede nicht jetzt die weltlichen oder die zusätzlichen Feiertage von unseren Weisen und verschiedenen Tagen. Ungefähr 100 Jahre, 100 Tage pro Jahr haben wir irgendeinen wichtigen Tag. Ob es Chanukah oder Purim oder Lagba Omer oder Tubishwat oder Yom Ashoah oder Yom Asikaron es ist ta 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 jetzt. Was ist wichtig bei ältere Leute zu achten? Bilder in die Augen. Sie verstehen schon wenig Wörter. Sie brauchen viele visuelle Erklärungen. Und ich werde euch paar Tipps geben wie geht man um mit den Menschen. Eins immer laut und klar reden. Und sie sagen sogar dein Deutsch verstehen wir auch. Sie verstehen einer der sie versteht und man spricht mit denen klar. Am Tag soll man sagen zwölf Mal Hallo Guten Tag Guten Appetit Wie geht es Ihnen? Und ich habe entdeckt eine einfache Frage zu stellen wie es geht. Geht es Ihnen gut oder sehr gut? Wenn du fragst dein älterer Mensch wie es ihm geht am meisten geht ihm schlecht. Und dann irgendwann hast du keine Lust weiter zu fragen wie es ihm geht. dann gebe ich euch einen einfacher Tipp geht es Ihnen gut oder sehr gut? Die meisten sagen gut. Es gibt schon bei mir raffinierten sie sagen nicht so sehr gut. Aber sie brauchen die Empathie die sind verbittert und es geht ihnen nicht gut. Wenn wir mit unseren 30 40 Jahren schon verbittert stellen mal vor 80 90 wie viele Gründen haben sie enttäuscht zu sein von dieser Welt die Lüge wie weit die sind schon verbittert von die Welt sie wollten schon Menschen nicht mehr sehen Unsere Aufgabe ist mit die Menschen geduldig zu sein. Viel Geduld ist die erste Priorität. Wenn ein Mensch hat kein Geduld für diese Arbeit soll er jetzt brechen seinen Kurs und suchen was anderes in seinem Leben. Warum? Weil das ist eine Arbeit die nichts später etwas gibt. Investierst du bei Kindern in Kindergarten hast du später Erziehung Erwachsene Ich unterrichte auch die 10. Klasse später Kinder werden erinnern was habe ich sie gegeben aber ein Mann und eine Frau über 86 90 du gibst und gibst und gibst und danach die sind tot und unzufrieden was hast du davon nichts das heißt du musst nur ein bisschen erleichtern ihr unglückliches Leben und was hast du danach Bitterkeit und was sind die einzige Motivation die du in deinem Leben für so einen nicht normalen Job zu haben ich mache etwas um sein Leben in seinem Zustand etwas leicht zu machen wenn Freude im Herzen hast dass du für die Leute was Gutes tut du wirst die Motivation ganz schnell verlieren letzten Schavuot haben wir hier gehabt volles Saal 140 Bewohner das fahrt den ganzen Heim sie haben bekommen Käsekuchen und Eis Vanille und ich habe sie erzählt über Schavuot es hat gedauert alles 20 Minuten 25 Minuten Ich habe versucht klare und feine Wörter denen zu erzählen zu sehen die Glück von den Menschen in diesen wenigsten Momenten schenken dir für eine lange Zeit Kraft weiter zu machen deshalb für die Menschen braucht man Geduld laut sprechen und nicht zum Herzen nehmen wenn die mümmern oder schlecht gelaunt oder schimpfen es hat mit dir nichts zu tun es hat gar nichts zu tun mit dir lass nicht der ältere Mann dein Energiewampir sein er wird das ganz schnell wenn du bist ein sensibel Mensch er wird das sehen auf deine Augen und er wird dich ganz schnell glättern auf diese Schwäche und er wird dich kaputt machen leer machen mit seinen Zorres mit seinen Schwierigkeiten mit seinen Problemen muss man Distanz haben und wissen ich höre zu wenn einer von den Bewohnern will mit mir ein Gespräch machen ich sage sehr gerne wie viel Zeit brauchen sie was sagen die Leute wie viel Zeit brauchen sie was glaubt ihr was sagt ein älterer Mensch wenn du sagst 10 Minuten 99% wollen 10 Minuten unglaublich 10 Minuten glauben sie gut ich komme zu denen im Zimmer wie lange dauert die Geschichte wie viel nein drei Minuten drei Minuten hat er was zu erzählen was hat er schon was zu erzählen Neues drei Minuten und dann nach 10 Minuten ist er noch froh hast du ihm nicht gesagt 10 Minuten auch wenn du sitzt eine Stunde es ist viel zu wenig man braucht ihnen ein Gefühl geben was habe ich für dich gemacht sonst verstehen sie das nicht sie kapieren es das nicht und man muss das ganze zeit wiederholen ja ich bringe sie jetzt was zu trinken ein glas wasser möchten sie wasser mit sprudel oder ohne sprudel soll ich ihnen einen kaffee schenken oder nicht mehr sagen und seine wahrnehmung als machen du kannst rennen und rennen und machen sein bet und waschen und gar nichts sagen und er wird später beschwerden den ganzen tag und du hast gerannt und gerannt und gemacht und gemacht was hast du ihm nicht gegeben sein empathie du hast ihm nicht gesehen du hast gesehen sein bet du hast gesehen sein körper du hast gesehen seine kleider du hast gesehen sein schrank du hast gesehen die kollegen du hast alle gesehen wenn du verpasst der mensch leider leben in eine gesellschaft heute wo der mensch wird wenig gesehen wir sind in einer gesellschaft wo es wird alles protokolliert es muss protokollieren die stunden die zeiten die betten wem sieht man zum schluss es ist auch ein mensch dabei es auch ein mensch dabei stimmt seine person seine bewohner stimmt jetzt weiß ich wir sind nicht in garage in garage kommt ein auto und ist egal wer ist der chauffeur aber der Mensch ist unwichtig was ist der auto es ist wichtig wer ist der chauffeur wer ist der mensch und wenn du gibt der mensch seine das was er braucht guck mal bei kindern manche älter machen alles für ihre kinder essen trinken bezahlen die schule arbeiten schwer wachsen die kinder sie sagen wir hatten keine älteren die älteren waren draußen sie haben nur gearbeitet sie hätten mir mehr Zeit gegeben Wärme Geborgenheit Warmkeit Zeit für mich da sein nein nix und deshalb mit dieser Lehre was haben noch menschen von den kindern nicht bekommen diese fühle sie bekommen mit 70 80 90 noch lehre wir als pflegeleute können die lücke nicht mehr erfüllen schon zu spät die einzige was wir machen können ist denen erklären wir tun das beste was wir können nicht das beste was sie erwarten sie erwarten sehr viel ich bin nicht deine Frau ich bin nicht dein Mann ich bin nicht deine Tochter ich bin auch nicht deine Cousine ich bin eine Pflegekräfte ich helfe dir wie kann ich sie behilflich sein das wäre immer die beste Frage kann ich was für sie tun kann ich sie behilflich sein was brauchen sie und es gibt immer in jeden Station paar Bewohner die bisschen nerven zu füllen die wollen die glauben die ganzen haus gehört sie hab keine angst teilt zwischen alle dein zeit richtig und lass niemand dir zu nah zu treten auch wenn er sagt ich werde beschwerden beim chef ich werde bei dem abteilungs leiter wenn du tust das was du tust richtig wird nichts passieren wenn du beginnst einen Bewohner mehr zu bevorzugen weil er lieb zu dir und er gibt dir sogar Perline zum Feiertag da beginnst du zu fallen da hast du schon Ängste aber wenn du jeden Bewohner siehst ich habe zwölf ich muss alle zwölf richtige Zeit geben Schluss die sind vor deinen Prioritäten die sind wichtiger als die Besucher der Bewohner ist wichtiger als dein Chef der Bewohner ist wichtiger als dein Abteilungsleiter als die Besucher er ist derjenige wo du von ihm bist er ist der Mittelpunkt manchmal kommen zu uns zum Schabbat noch Gäste und sie haben Missverständnis mit den Bewohner oder so ich sage immer die Gäste die Bewohner sind meine Patienten die sind bei mir die wichtigste Sache Willkommen ihr müsst denen anpassen nicht sie an euch das ist ihr Heim wir müssen unsere Bewohner schützen lieben Schönheit geben tolle Zeiten geben dass sie diese Zeit wo sie sind hier sollen sie wohl fühlen in die ganze Geschichte wo ich bin hier es war nur eine Frau die die ganze Zeit war unzufrieden und wenn einer ist nur unzufrieden etwas stimmt nicht mit ihm ein Mensch kann sein 80% nicht zufrieden aber 20% ist zufrieden aber wenn jemand ist 100% unzufrieden etwas stimmt nicht mit ihm ein Tag wo sie gekommen habe gesagt was macht man hier gut gar nichts gar nichts ich habe gesagt wissen sie was suchen sie ein anderes Haus wer zwingt dir bei uns zu sein ist gekommen von Stuttgart geh zu Stuttgart zurück warum sitzen sie hier so viele Jahre so verbittert so wutend so aggressiv alle sind schuldig geh ich gehe und sie ist gegangen eine Woche später ruft sie an schläume ich will zurück ich sage geht nicht zurück bleib in Stuttgart du hast eine freie Wahl wenn ihr seid Pflegekräfte wenn Leute haben gar keine gute Sache zu sagen etwas stimmt nicht bei denen wenn ich mache einen Fehler sag mir was ich korrigieren kann also ich gebe euch einen super Tipp wenn jemand gibt euch Kritik fragt immer was kann ich besser machen und fallen nicht bei euch runter von einer Kritik ich bin nicht in Ordnung Menschen arbeiten drei vier Jahre sie hören kein Wort kriegen jeden Monat Gehalt zufrieden glücklich nach vier Jahren der Chef mitzutun jeden normalen Mensch macht Fehler und man lernt davon man gibt Kritik frag was kann ich besser machen eine Bemerkung eine Kritik es ist dir nur zu erwecken soll nicht fallen die Routine wenn du mit den Menschen zu lange arbeitest irgendwann übersiehst du etwas kommt jemand sagt dir mach das anders muss man lernen und manchmal sind nicht genug gebildet kommen immer andere Leute und andere lernen dann habe ich etwas falsch gemacht oder gesagt oder übersehen wir sind alle Menschen jetzt es ist sehr sehr wichtig und das betone ich ohne Ende zur Beerdigung von der Pflegeperson zu gehen da gibt es keine Ermäßigung wenn jemand keine letzte Ehre geben kann auch keine erste Ehre geben auch Kinder die haben nichts gemacht mit ihren Eltern am Leben wenn Mama und Papa sterben was machst du zum Schluss gehst zum Friedhof stimmt egal bei wem ich rede jetzt normale Menschen auch wenn das ganze Leben hast du mit deinen Eltern nur krach gestorben geht man zum Grab wenn ihr seid Pflegeleute habt ihr jemand begleitet jahrelang er ist gestorben sag dem Chef wir möchten teilnehmen an die Beerdigung das ist so wichtig ich stehe drauf und das haben wir gemacht das in jeder Station wenn ein ich rede nicht jetzt Bewohner gekommen jetzt nur zwei Wochen und bei uns schnell gestorben und von den zwei Wochen waren anderthalb Woche im Krankenhaus ich gehe als Arbeiter aber das Personal kann ich jetzt gehen aber soll man auch von jeder Station mindestens eine gehen wenn einer Nachtschicht und er kann diesen soll er von seiner freie Zeit repräsentieren dem Bewohner und kommen Lebenslauf Biografie von dem Bewohner ihr versteht seine Ticken ihr versteht warum er Brot klaut ihr versteht warum tausend Sachen wenn du hörst die Geschichte sagst du jetzt verstehe ich warum benimmt sie so das ist zweite und sie hat geheiratet mit dem Schwager und es war im Krieg und du hörst Geschichten in Deine Ohren stehen manchmal fünf Minuten Biografie von der Mensch schreibt solange der Kopf arbeitet ihr kriegt eine Bewohner schreiben erzähl mir wer bist du dass ich weiß mit wem habe ich zu tun manchmal die Lage wird so verschlecht dass du vergisst überhaupt mit wem hat das zu tun du vergisst dass der Mensch hat eine Geschichte hinter sich dass der Mensch hat ein Leben manchmal schreckliche Leben gehabt noch zwei letzte Sachen ältere Leute belohne nicht die sind meisten undankbar die meisten sogar ein junger Mensch mit Krebs oder Freundin Freund junge Menschen sind eigentlich dankbar jemand kommt dich besuchen tut für dich was Gutes du hast Dankbarkeit Schuld ältere Leute haben keine dankbare Schuld die sind verbittert die sind so egoistisch wie Kinder Not zu bekommen Not zu warum ein Kind ist egoistisch weil hat man ihm so erzogen dass er bekommt alles ein älterer Mensch ist egoistisch weil er glaubt ich hab schon mein Teil genug gegeben jetzt muss ich von der Gesellschaft alles zurück geben weißt wer ich bin jahrelang war ich der Chef leiter von EBG C Chef war ich bin ein großer Mensch aber wenn er kommt in Altenheim er ist genauso wie alle und irgendwann sieht er die Leute vergessen ihn und er verlangt seine Anerkennung und deshalb es ist sehr wichtig zu wissen die Menschen danken nicht die sind undankbar die können nicht mal richtig Danke sagen und das wird euch so brechen am Anfang ihr habt gemacht und gemacht und gemacht und kommt nicht mal rüber und deshalb ich will euch nur davon warnen das ist eine undankbare Gesellschaft sie ist verbittert sie bedankt sich nicht sie behält nicht eine von hundert älteren leute eine von hundert vielleicht ist eine dankbare Person eine von hundert eine der wirklich zufrieden und denkt und schätzt das was du hast und warum ist er unzufrieden weil wenn er ist schon in Altenheim er ist schon vernachlässigt von seinem Spruch von seiner Familie von Freunden die sehen ihn nicht er ist so von der Gesellschaft so geh in dein eigen so und Altesheim ist die letzte Station in die Gemeinde wo niemand sehen will ich ich versuche meine Studenten 10. Klasse 11. Klasse sagen komm Freitagabend komm ein bisschen zu uns in die Synagoge betet mit uns gib die älteren Leute gute Stimmung die kommen nicht die interessieren nicht die wollen nicht rischen dem Tod sie wollen nicht rischen die Energie die weg ist die wollen nicht diese Gefühle haben sie drehen mir immer den Kopf aber sie wollen nicht kommen auch wenn ich sie zwinge am Chanukah dass sie müssen kommen sie kommen aber die sind nicht dabei die sind nicht offen jetzt andersrum gibt etwas sehr interessant von älteren Leute ich habe etwas bemerkt die älteren Leute suchen Energie und Vitalität und egal wie dement ist der Person es wird nie ein Schlimasel ein Unglücklicher hinsetzen neben ein Unglücklicher es ist unglaublich er wird immer sitzen dort wo die Augen noch ein bisschen leuchten und es gibt Feuchtigkeit sie werden sitzen neben Junge neben Kinder sie werden nie sitzen auch wenn die sind total dement neben anderen dementen das heißt die haben noch eine Samso hier so wie wir Menschen haben so Sympathie Chemie es gibt Menschen wo wir sind gleich wie man sagt hingezogen und es gibt Menschen wir schon so vor Distanz wie auch immer dem Grund von unserer Erziehung und von unserem Leben ältere Leute werden immer suchen Kinder Jugendlichen Leben Vitalität dort wo es etwas funkt und leuchtet warum weil wenn ein jüngerer Mensch ist nicht mehr gefunkt ist er schon alt und ein älterer Mensch der hat noch Funken und Leben das ist ein Mensch der noch lebt jetzt werden wir schnell diesen Blatt was habe ich euch gegeben zusammen lesen und ihr werdet sehen dass alles was wir haben gelesen ist ungefähr ausgeleitet von diesen Sprüchen beginnen sie dem ersten Zitat ältere Leute sind erfahren und ich gebe euch einen Tipp habt ihr Probleme in der Familie macht eine Gruppe von älteren Leuten und erzähl dem Problem als Arbeitsgruppe ich mache das oft unglaublich die geben dir Antworten ihr wird flippen ihr wird sagen ja wir haben hier ein Dilemma eine Frau hat das gemacht zu ihrem Mann was macht man in so einem Fall die geben dir Antworten ich löse manchmal Probleme die ich habe in die Familie in die Ehe mit die Kinder mit Schwiegersohn mit Schwiegertochter in einer Gruppe von älteren Leuten die sind erfahren und die geben dir einen Ratschlag die hat nichts zu tun mit deinem Problem sie geben dir eine andere Blickweise sie haben gelesen 300 Bücher sie haben schon 30 Städten sie haben schon gesehen 500 Filme sie haben schon gelesen 300 Zeitungen sie haben mehr gesehen und gelesen in dieser Welt als wir das heißt ist bei denen irgendeine breiten nämlich zum Herzen ist nicht so schlimm macht nicht lohnt sich nicht zu geben dir immer Tipps weiter zwei also man sieht das ist eine Krone man sagt in Jiddisch soll meine Sonne soll nicht sind weiße Haare soll meine Feinde sollen nicht weiße Haare bekommen was heißt das sollen sie nicht leben wenn einer bekommt weiße Haare ist ein Glück scheint dass er lebt ist eine gute Sache apropos heute ist geworden schon modern weiße Haare als Junge ich sehe 30 40 machen schon weiße Haare weil sie wollen schon die silberne Krone weiter weiter ja das ist klar Menschen glauben niemand wird alt jeder wird alt man will oder man will nicht man guckt rechts und links und schon gestern und vorgestern und schon morgen und übermorgen und jetzt in dieser Zeit in die Welt die Zeit rennt 360 mal schneller als in vorige Generation ich gehe nicht rein in jüdischen Mystik und Esoterik aber in unseren Schriften steht geschrieben dass 360 mal läuft die Welt jetzt schneller schneller und schneller und du kannst deinen ganzen Tag nichts machen und der Tag ist vorbei es gibt Tage du hast nichts getan und es ist schon Abend und du guckst blick was habe ich gemacht letzte Woche und die Woche Tag ist vorbei also früher war die Zeit sehr langweilig heute kannst du sitzen in Facebook in Whatsapp lesen Geschichten gucken Videos und der Tag ist vorbei und noch ein Tag und noch ein Tag und man geht weiter bitte Dankeschön weiter Ja das haben wir gelernt warum eine Frau ist leichter weil eine Frau wird nicht abgerissen von ihrer Arbeit schnell in Rente sie macht die Sachen leichter die Männer wenn sie gehen in Rente gleich bauen sie ab weil sie wissen nicht was zu tun zu Hause und das will ich sagen dass religiöse Leute frome Leute Leute die die halten die Religion haben viel leichter alt zu werden die meisten religiöse Leute heute in die Welt sind ältere Leute die Jungen in alle Synagogen in alle Kirchen in alle Moschee ältere Leute kommen warum die kommen nach zu Gott langsam also weil ein junger Mensch was hat er verloren in die Synagoge er geht lieber in die kneipe was zu trinken aber wenn ein Mensch alt wo soll er in die kneipe Zucker hat er spät kommt er nicht also was soll er machen ihr darf nicht Alkohol wegen Tabletten nicht mal ein Glas Wein dürfen sie beim Kiddush also sie haben schon Probleme dann kommen sie in die Synagoge also und die Religion ist sehr gut wenn du bist alt das erfüllt dir dem ganzen Leben ich will loben mein Schwiegervater der 77 Jahre alt der ist wirklich von morgen bis abend beschäftigt morgen 6 Uhr steht er auf und geht beten und geht in die Mikve und unterrichten und Mittag und Abend und Feiertage immer ist er am Action nicht leiden ein Mann zu Hause kann nicht leiden als ich habe geheiratet ich habe gesprochen mit meinem Rabbi er hat mir gesagt willst du eine glückliche Ehe soll deine Frau dir nie sehen morgen im Bett wenn sie geht raus von zu Hause ich bin schon mehr als 25 Jahre verheiratet habe meine Frau noch nie gesehen morgen im Bett ich stehe immer vor sie und gehe raus ich gehe Geh Luft Geh 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 Unsinn macht und wenn er geht und er kommt und er hat wohin zu gehen das ist ein gutes Leben Weiter Wer Rat bei alten Menschen holt wird nicht straucheln Ältere Menschen geben dir einen wahren Rat Ein Rat ohne Blut Ein Rat meistens ohne Kampf Es ist unglaublich als der Aufschalom der Sohn von König David und später Rehavam der Sohn von Schlomo wollte die Juden beherrschen hat er geholt wegen Steuer bei die Jugendlichen die Jugendlichen haben gesagt ja nimm Steuer und mach hart und die ältere Leute haben gesagt langsam nimm zuerst die Glaube von dem Volk 10 Jahre 15 Jahre danach mach Steuer er hat gehört die Jugendlichen und in zwei Jahre war er gefeuert ältere Leute sind mehr und mehr für Frieden junge Leute sind mehr und mehr für Kampf für Krieg für Gewalt äh Studenten brechen Fenster ältere Leute sagen hör ich war jung diesen Weg habe ich probiert das was du mit gutes schaffst wirst du viel besser schaffen als mit schlechtes und was macht ihr geht im Gericht und scheidet euch und kam von Sachen und später musst ihr sowieso über die Kinder kümmern den kümmere jetzt vor der Scheidung also denk dass ihr seid also die geben dir schon Ratschläge von ihrem Leben dass du musst nicht selbst alle experimenten selbst machen bitteschön ältere leute solange der körper ist laut und die seele ist leise schwer zu lernen schwer zu konzentrieren wenn ein mensch älter die körper wird leise und die selle wird lauter und deshalb kann man besser lernen wenn ein mensch vernünftiger wenn er ist jung hat temperament hormonen stau er kann nicht so lernen aber wenn er wird vernünftig und der blut temperatur wird ein bisschen kälter kann er besser lernen weiter es gibt menschen leben ihr ganzes leben schön und wenn sie werden alt beginnen sie unsinnige sachen zu tun und sie beschämen ihre ganze karriere als sie alt werden sie haben probleme mit die familie und mit den kindern und alle sagen unsere weisen trainieren dein leben gut zu leben bis ende weiter also immer wenn es steht in die bibel avram david also gott liebt die älteren leute gott liebt die älteren leute und gott wird erwähnt auch in unseren schriften wenn man ihn beschreibt als weiser älterer man so wird er erwähnt also unglaublich und guck mal Kinder sag Kinder im Kindergarten sollen sie Gott malen hat du schon probiert sag Kind male Gott die meisten werden machen ein älterer Herr die meisten manche werden machen vielleicht ein Engel ja jeder kann aber interessant die Kinder haben so klare Bilder weiter also steht geschrieben dass wenn man sieht ein älterer Mensch soll man sich heben und ihm den Platz geben die Frage ist was ist alt es gibt eine Diskussion in Talmud steht geschrieben 70 in die kabbalistische Bücher steht geschrieben 60 aber in jedem Fall man sieht das ist eine technische Definition Interessant Interessant im Tempel hat man technischen Experiment gemacht ob der Priester kann auf ein Bein sein Schnirrsenkel binden wenn er das schafft auf ein Band zu machen er konnte weiter arbeiten und bei einer Frau wenn sie kann noch einen Teig kneten und in eine Nadel anschnurzeln den Faden denn sie ist noch jung Interessant nur bei Körper hat man diese Definition bei Seele ab wann ist man alt wenn man wird wie ein Kind keine Geldorientierung keine Platz Orientierung und keine Kleider Orientierung das ist die jüdischen drei Definitionen veralt mental zu werden so wie bei Kindern Kinder gehen verloren Kinder wollen lieber Haribo als Geld und Kinder können auch tragen die Häuser von dem Bruder also man sieht ältere Leute sie kommen manchmal mit halbe Pyjama und halbe das ist schon sie machen nicht die die Knopfen richtig und eine Dame kann plötzlich offen sein zwei Knöpfe also das ist die drei Definitionen in unserer Literatur wenn ein Mensch beginnt alt zu sein deshalb wenn man sieht ein älterer Mensch ein jüdischer oder ein jüdischer oder ein jüdischer soll man ihm Ehre geben warum soll man ihm Ehre geben warum warum soll man Ehre geben ein älterer Mensch was denkt er nun sag jeder Mensch hat Würde ja aber ich habe auch Würde warum muss ich einen älteren Menschen die Würde geben was hat er mehr gemacht als ich gelebt gelebt und geformt gelebt und geformt was noch er konnte mehr geben in der Zeit nein hat er nichts gegeben ein Egoist sagen unsere Weisen in diesem Leben zu schwimmen überhaupt ist ein Kunst der hat mehr geschwommen in diesen Strom also Menschen die schaffen nicht dieses Leben werden entweder verrückt oder machen Selbstmord es gibt viele Leute die schaffen nicht dieses Leben das Leben ist für denen too much wenn du siehst ein älterer Mensch hat er geschwommen hat er sein Leben weiter durchgekämpft für diesen Schwimmen aufstehen für diesen Herausforderungen dass er sein Leben weitergebracht großer Respekt er hat mehr geschafft als ich er ist schon 80 niemand gibt mir Garantie dass ich komme zum 80 ich will sehen ob ich ihm sein 80 besser aussehen als ihm jetzt bin ich klug und scharf was passiert mit 80 ich muss Respekt geben für seine Schwimmen in dieser verrückten Welt das ist die Definition von dem Talmud weiter fühlt euch einen alten Mann zu beleidigen wenn er durch Unglück seine Gelehrtheit eingebüßt hat was heißt das wer versteht den Satz versteht ihr nicht verstehen sie den Satz ich denke schon erklären sie uns ein Unglück ist zum Beispiel eine Demenz da habe ich meine Gelehrtheit eingebüßt weil ich kann noch so ein kluger Mann sein oder noch so eine kluge Frau und gelehrte Frau wenn ich Demenz werde dann ist das vielleicht alles nicht mehr da und deshalb den Spruch finde ich sehr süß auch die zubrochene Tafel waren im Tempel und die zubrochene Tafel waren von Gott die neue Tafel waren von Moshe also es war zweimal Tafel stimmt das erste Mal wo Gott hat gemacht dass Moshe gekommen hat er es kaputt gemacht später hat er selbst geformt eine Tafel genauso Menschen die Seele ist von Gott die Form von Körper ist von Papa und Mama manchmal die Form von Papa und Mama sagt ab aber Gottes Seele ist immer heilig eine alte Torarolle bleibt immer im Schrank und deshalb ein älterer Mensch egal wie ob sein Kopf ist da oder nicht da das nennt man einen heiligen Schrank einen heiligen zubrochene Tafel wo muss man diese Stücke noch Ehre geben weiter Übel haben in der Jugend verdüstern die Jahre des Alters ja also das heißt es ist wichtig sich das ganze Leben vorbereitet und da will ich was sagen wir leben heute in einer modernen Welt wo Menschen investieren sehr sehr oft man redet die ganze Zeit Rente 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 große Rente viele Rente und die Menschen leben länger Gott sei Dank gute Medizin der Körper wird sehr schön gehalten und was passiert der Kopf geht kaputt also die Menschen leben, leben, leben und sagen ab man muss den Kopf nicht lassen zu trainieren man gibt sehr wenig Achtung auf den Kopf man achtet die ganze Zeit auf den Körper man lernt ab 30 Jahre nicht wirklich was heißt nicht wirklich wann lernt ein Mensch wann lernt man wirklich wann lernt man am Leben wann steigt man beim Lernen nur wann lernt die richtig wenn man Fehler macht nein in der Kindheit und Jugend nein du lernst auch du lernst gut warum lernst du gut weil ich mich fordere immer wieder weiter und woher weißt du dass du gut gelernt hast wie was ist die Bestätigung Lob Erfolg nein Ziele erreichen nein ihr lernt stimmt wann lernst du die ganze Nacht immer nein nicht immer du lernst jede Nacht die ganze Nacht wann lernt man wirklich genau das wollte ich hören wir lernen am Leben wenn wir haben eine Prüfung wenn wir haben keine Prüfung lernen wir nicht wirklich wir lernen naja überleben das ist Geschichten und Leute sagen ja Internet ist eine gute Sache und es gibt sehr viele Wissen drinnen gib doch zu was guckt man drinnen 80% Unterhaltung Entertainment man sucht nette Sachen man sucht nicht jetzt zu vertiefen sagen unsere Weisen nur zweimal am Leben nur zwei Stationen am Leben lernt man richtig wenn du musst halten eine Prüfung und wenn du musst lernen also ich muss lernen ich muss gestern bei Nacht sitzen und überlegen was kann ich euch noch weiter zu erzählen das heißt wenn ich muss zeigen dem Lehrer dass ich habe gelernt und wenn ich muss zeigen die Schüler dass sie haben noch was zu lernen stimmt nur die was ist der Kurs hier sind Lehrende die wollen das werden ja wir haben ja sehr gut das heißt es gibt nur zwei Haupt Motivationen wo man am Leben wirklich lernt alles andere das ist so schöne Bücher Zeitungen zu lesen noch ein Artikel noch ein Artikel Quatsch das ist nicht richtig Wachsen beim Lernen Wachsen beim Lernen kommt entweder durch eine Prüfung dass ich muss absolvieren bei meinen Lehrern oder eine Prüfung die ich absolvieren muss bei meinen Schülern weil im Prinzip alles was ihr hört heute ihr könnt doch alleine gucken in Internet überall alles aber der Lehrer muss Gedanken machen was kann ich die Schüler an Anregung stoßen dass sie vielleicht ein bisschen anders denken oder anders ticken deshalb ein Mensch auch in seinem älteren Leben will bleiben fit entweder soll er weiter lernen mit Prüfung oder soll er lernen dass die Schüler in Prüfung und ich sage euch jetzt etwas die Wissenschaftlichen Wissenschaftlichen in Israel haben das bestätigt alle großen Rebbes die steigen und lernen geistlich leben lang leben lang und fit im Kopf und haben keine Demenz und keine Alzheimer nicht Rabel Joschi und nicht Rabashkenazi und nicht die Lubavitcher und nicht Rabobadier Josef alle haben überquert dem 190 und alle sind fit im Kopf Menschen die lernen dem Anderen bleiben fit im Kopf und sie werden nicht leiden an einer Demenz und genauso Menschen die lernen und halten Prüfungen und ihre Kopf ist die ganze ich rede nicht jetzt ein Unfall ich rede jetzt normal natürlich Entwicklung in natürlich Entwicklung müssen wir unsere Kopf nicht ablassen gehen deshalb man braucht Schach spielen Sudoku spielen Vernunft machen wir machen sogar bei uns in die Familie ich will euch nicht jetzt belasten und zeigen wie eure Kopf ist nicht konzentriert aber wir machen bei uns in die Familie dass wenn wir haben zum Beispiel Geburtstag Motti hat Geburtstag dann machen wir in die Familie jeder wünscht ihm was Glück gute Freunde gutes Leben und so machen wir eine Runde und jeder muss sagen was hat jeder gesagt und so machen wir zwölf Sachen versteht ihr was ich meine macht das in eurer Familie nach zwei Runden sagen die Leute genug wo ist das Eis also Menschen haben null Bock etwas wirklich jetzt noch zu vertiefen und es unglaublich ihr könnt das testen in eurer Familie ich will euch schön unterhalten lassen sitz mit eure 5 6 Leute die ihr liebt und macht so eine Runde von einem beim Geburtstag wünschen was und sagt 6 12 und so macht paar Runden ihr seht nach drei Runden habt ihr schon vergessen was eine gesagt kommt hier eine Gedanke und kommt hier eine Gedanke und der Kopf ist schon und das kann man trainieren wenn früher konnte ich drei Runden machen heute kann ich 23 Runden machen also man trainiert und in eurem Leben weiter nehmen weiter die Tora versucht nicht das altes Leben irgendwie zu schönen wie manche versuchen alt zu sein ist verdammt defekt es ist eine Krankheit die niemand davon ist heil geworden alle sind von dieser Krankheit gestorben alt zu werden ist schlechte Tage so nennt das König Schlomo die Frage ist ob du in diesen schlechten Tagen versuchst weiter noch zu schaffen was du kannst oder du nimmst sie an und du sagst ja jeder ja ich bin alt ich habe keine Lust mehr unsere Aufgabe ist alles zu tun Körper mental und Kopf zu behalten dem Körper zu pflegen Creme kaufen Duschen Vitalität es gibt heute Creme ich habe gesehen über 50 und über 60 Schluss dann ist vorbei wirklich habe ich geguckt habe ich gegoogelt bis welcher Alter gibt das Creme bis 60 plus und was legt eine Frau 80 plus frage ich euch also da ist die beste aber ich sage immer und deshalb unsere Aufgabe als Pfleger ist zu pflegen die äußerlichkeit von älteren leute normalerweise darf ich nicht als rabbi geben ein kompliment eine dame aber wenn eine dame kommt zum feiertag eine ältere dame mit neuer frisür oder mit lack ich gebe sie immer ein kompliment schöne frisur hast du schöne nägellack gefällt mir deine klamotte weil in dem moment wo ihr seid als pflege motiviert ihren waschen ihre pflege ihre duft dass sie nicht alt riechen weil ältere leute beginnen auch andere geruch zu haben schon von kindheit unseren geruch sagt ab ein kind ein baby riecht paradies stimmt man kann am klutschen und essen nach einem jahr sein mund beginnt zu stinken dann nehmen wir schon abstand und da geruch ist das größte Gefühl die in dieser Welt existiert es ist einer von den drei gründen die im judentum ausnahmsweise man darf scheiden lassen wenn einer von den beiden ist nicht mehr zu riechen also steht in unserer Torah nur drei gründen warum darfst du dich scheiden lassen eine von die drei ist dass man dem anderen nicht mehr riechen kann man sieht wie tief ist dieser Geruch ich will nur schließen lassen es nur dem letzten schon ein kleines hügelchen erscheint einem alten menschen als georben als meine mutter seligen andenken mit ihr war hier paar mal zum besuch sie hat sich nicht wohl gefühlt ich gesagt mama gefällt du nicht bei uns sie hat gesagt bei euch sehr aber in die synagoge in Altenheim das erinnert mich als meine Jugend als als meine älteren gepflegt und es bringt mir alles hoch weil ich war damals verbittert ich bin das letzte Kind ich tut mir nicht gut sei mir nicht böse und ich konnte das nicht verstehen heute es ist klar sei so lieb ein Sprudelwasser ein Glas gebe ich dir später große Belohnung dafür also Geruch ist etwas die man leiden muss und wenn ein Mensch hat Probleme mit dem Geruch passt dem auch nicht in Arbeit wenn er fühlt sich so gekrämpft es gibt Gerüche die uns verbreiten dem Akkordeon und es gibt Gerüche die uns so verkrampfen manche Leute wenn sie kommen in Altenheim haben sie so einen Krampf sie haben so einen Geruch die denen und jeder Mensch weiß dass Männer und Frauen so ab 70 paar und 70 beginnen so anders zu zu rischen eure Aufgaben als Pfleger morgen früh ein Bewohner steht auf gut morgen Fenster auf machen erste Sache was man macht im Zimmer Fenster auf machen warum wenn die Fenster ist zu die vakuum im Zimmer gibt dir kein gutes Gefühl schönen Dank sehr gerne schlungen Gott sollt dir segnen wirklich tolle Wasser hast gemacht so gut die Suppe ist verleid ne ja wir sind in 5 Minuten fertig wie spät ihr das entschuldigung 5 nach ja haben wir noch 5 Minuten ja gut dann bedanke ich mich ja vielleicht habt ihr noch was zu fragen denn will ich nicht eure Zeit nehmen ihr sagen später ich habe euch nicht Zeit gelassen was zu fragen oder zu bemerken Du kommst zu einem Restaurant und die Toilette stinkt, dann hast du keinen Appetit mehr. Und wenn du kommst in die Toilette von dem Restaurant und es eingenehm riecht, kannst du später gut essen. Es ist dir bequemlich, es ist dir bequem. Genauso im Pflegebereich. Versuche immer in dem Zimmer gute Shampoo. Es ist unglaublich, vor ein paar Monaten habe ich auch aufgenommen so eine Schiu und ich habe gesagt, wenn jemand Deodorant, Shampoo und Seife spenden soll schicken in Altenheim und ich werde verteilen. Es kam so ein riesiger Karton von irgendeiner Dame, ich weiß nicht von Deutschland, bis heute weiß ich nicht wer, sie hat nicht die Adresse gelassen, habe ich das der Nathalie gegeben und hat sie alle Bewohner, die geizig sind auf ihrem Shampoo oder Seife oder Deo geben. Ältere Leute müssen sich mehr cremen, mehr pflegen, mehr Öl behalten, das Maximum was du kannst. Also wenn das Fleisch ist alt, frag jeden Koch, muss man marinieren, muss man Marinade, muss man anlegen, auch die ältere Leute, muss man so ein bisschen einlegen, marinieren, bisschen Öl, Creme und gib sie ein bisschen Creme. Bist du ein Pflegerin, gibst du ein bisschen Creme in die Hand. Sie werden sich sehr freuen, schick sie zum Friseur, schick sie Lack zu machen, noch ein bisschen, ja, ja, mach Maximum, was man kann bis zum letzten Moment. Ich danke euch für das ehrenvolle Zuhören, Dankeschön. Danke, wenn jemand will was fragen oder bemerken, bitteschön. Sie haben gemeint, es gibt drei Scheidungsgrüne und eine Name von der Gruppe. Ich wusste es kommt. Ich wusste es kommt. Alle Beine. Sag ich, ich bleib nicht geizig. Eins, ich gebe ein Beispiel. Ich gebe ein Beispiel von einem Fuß, weil es mir leichter zu reden über den Bein. Ein Bein soll man schneiden? Nein, stimmt. Wenn du ein Bein hast und sie tut weh, soll man sie abschneiden? Erstmal nicht. Wann soll man sie abschneiden? Dann, wenn man daran sterben könnte. Das ist Nummer eins. Also, es ist Gefahr vom Sterben. Einer bedroht den anderen, schlägt, prügelt, Messer, keine Ahnung. Offiziell, objektiv, sterben, bedroht, ist der erste Weg. Warum soll man den Fuß schneiden? Zweitens. Wann soll man noch das Bein schneiden? Wenn der Fuß geht, alleine spazieren. Also, wenn der Bein... Also, das ist der zweite Grund. Die haben nur Beine eines zu dem anderen. Nicht zu anderen Beinen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, wenn das Bein stinkt, dann haben sie alle drei Gründen. Ja, noch jemand was auf dem Herzen? Dann wünsche ich euch guten Appetit. Darf ich noch was sagen? Natürlich, mit Freude. Erstens mal möchte ich mich natürlich sehr bedanken. Und zweitens möchte ich noch was Gutes tun, was sie gerade eben erlebt haben. Gerade diese Geschichte mit den Beinen.